Sooo Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 32 Folgen, dürfte man das schon langsam kennen Mann, Mann, Mann Los, mach auf Ich war schon in dem Raum drin, ich hab schon alle gekillt Mach einfach die Tür auf Danke So Dup, 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 dup Find doch geil, hier ist keine eisige Leiche mehr Aber naja, egal Oh Gott, ich werd beinahe reingelaufen Sah überhaupt mit Inventar aus Massig Massig und in Fülle Find ich gut So wie die Monster hier Mensch, der fühlt sich doch allein Kann ich nichts dagegen machen Wie er quengelt Ich weiß doch, er will jemanden da als ich haben Oder Ich bin aber nicht dieser Partnertyp da Da liegt jemand Okay Warte mal Der sieht sogar aus wie der Ach, die sind alle von der Vailer Kann das sein? Da machen wir doch mal Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Hier Bitte Hast du einen Freund? Mensch Der will dir doch nur helfen Der will dir doch nur helfen Der begleitet dich jetzt nur Ganz ruhig Hö, jetzt ist auch Hammer geil Jetzt ist auch Okay Sag nichts Bestimmt gibt's Wenn das Spiel bei Steam wäre dafür nicht schief, Mensch Geschäfte 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 Freund Oder sonst Scheiße Irgend Müll Aber hammergeil Zweifel 1 Wieso rennt er weg? Alter Checkt denn niemand, dass Dass man bei mir Also bei Asa Clark Als Nur da an Sicherheit ist Woanders kannst du nur den Löffel abgeben Scheiße pack, scheiß drauf Bestimmt kommen gleich wieder die schnellen Fächer Hat er die Tür der sich verschlossen, der Arsch? So ein Arsch Muss ich da nicht sogar hin? Dicks Kind Was der halt liegt Äh, unglaublich Naja, öffnen Aber ich glaub ich bin ja Kann sein, dass ich jetzt in der Vailer bin Irgendwie will ich da nicht rein Wahrscheinlich muss ich da rein, ne? Ich hab so ein Morin Ich muss da rein Ob ich will oder nicht Jetzt hab ich den Löwen Zum Fraß vorgeworfen LOL Ja, das war ja so klar Am Arsch Jaaaaah Leck mich Oh 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 Warte mal Warte mal Wo muss ich denn? Haha Jo Aber ich muss das kaputt machen Ah Achso Ja, lass mich einfach mal verrecken Danke So Ja, mach jetzt die Was macht ihr denn da? Mach nicht so dramatische Musik Lass mich wieder Leben Ah Tja Da Emm Ja Ja Tja 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 Oh Ja ganz Nein Du dummes Stück Isaac Du dummes Stück Nee, falls ich noch mal erwischt werde, dann ist das praktisch Ja, genau für solche Fälle Gibt es hier auf der anderen Seite auch noch mal? Warte mal, ich muss mal gucken Ich sehe halt gar nicht Kann ich hinter die Säule verschwinden? Nee, kann ich nicht Aber wo ist denn da hin? Check ich nicht Ach, da ist irgendwas Na? Äh, schnell rennen, rennen, rennen Ja, hier kann ich auch lang Okay Scheiß drauf Ey, ich hab mal einmal diesen Wegfinden Ey, dieses Wegfinder-Ding, ne? Benutzt man das auch? Ey, er macht einen Finde ich sehr, sehr Ist ja grausam Ist ja grausam Ist ja grausam Das muss ich jetzt hier Oh, okay Äh, da ist ne Glasscheibe davor Das ist ein Hindernis Das ist ein Problem Das meint, ich weiß Alter Kaputt Kaputt So komme ich da jetzt nicht durch Ihr müsst doch alle ficken, oder? Ach, jetzt kommt Ja, ist okay Ist okay 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 Ja, da verrück ich gleich Mann, im Arsch Ich glaube niemals Oh ja, das war so klar Ach Oh ja, da verrück ich schnell Okay Oh Gott. Oh Gott. Hä? Ah, okay. So einfach ist das, ne? Hör mal. Okay. Geh jetzt zum Crewdeck. Okay. Das ist doch alles kein Problem. Oh. Hey. Hat der Neb vergessen. Oh, da ist er. Noch nicht. Jetzt ist er gereckt. Ne, immer noch nicht. Jetzt. Immer noch nicht. Mensch. Stimmt doch mal. Geht doch. Jetzt ist er tot. Ja, jetzt ist er tot. Ja. Ja, das Geräusch sagt alles. Fick dich. So, du kannst nichts. Oh. Hab leider Diamant. Hammer Eis. Ach, Hammond. Ist er tot? Oh Gott. Jetzt gibt es nur noch uns, Isaac. Jop. Schätzelein. Nur noch uns. Da liegt er. Oh, Mensch. Nein. Wieso? Hammond. Du Arsch. Ja, leicht chillen macht immer Spaß. So. Jetzt müssen wir nochmal. Ja, ganz ruhig. Ich muss ja nicht gleich ganz in die Luft fliegen. So. Jetzt müssen wir nochmal. Oh nice. Jetzt müssen wir nochmal zurück. Nimm mal nochmal einen Start-Effekt mit. Cool, der ist jetzt offen. Achtung. Kritisches Versagen der Treibstoffeinnämmung. Sofort die Evakuierung des Schiffes. Achtung. Kritisches Versagen der Treibstoffeinnämmung. Sofort die Evakuierung des Schiffes. So. Ja, hallo. Notsituation. Damit komme ich doch wohl. Klar. Mach doch nur ein bisschen. Bumm, bumm. Achtung. Kritisches Versagen der Treibstoffeinnämmung. Sofort die Evakuierung des Schiffes. Das ist ein ganz normaler Arbeitstag für mich. Warte, wie bei ihm abgeht. Verstehe ich vor, warum die sich alle aufregen. Ja, wollen wir nochmal speichern. Toll weit angucken. Habe ich jetzt gespeichert? Ich habe sie gesehen. Ja, komm, ich mache hier nochmal. Ich war mir gar nicht, ist jetzt nicht so ganz sicher. Okay. Jetzt habe ich aber Garantie gespeichert. Muss denn jetzt lang? Ach, ich muss... Ne, oder? Ach, da. Ich war wenigstens chillig. Da sind jetzt keine blöden Viecher, ey. Das ist Versagen der Treibstoffeinnämmung. Sofort die Evakuierung des Schiffes. Oh, das war viel gechillt, der unter diese Viecher, ey. So kann ich das ganze Spiel durchspielen. Ach ja, richtig. Der war ja noch was. Ah, da hinspringen. Durch Explosionen. Wow, like a boss. So. Ende der Schwerelosigkeit. Ende der Schwerelosigkeit. Nochmal hier durch. Oh, da liegt noch was drinne. Ende des Vakoums. So, das kann ich da. Fickgesicht. Fick, nicht in Ordnung, ey. Kommt auch noch Viecher. Ja. 25.000! Yes, Alter. Stase-Pack draufgekackt. Reine Stahl-Mutition. Weg. 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 Alles voll mit großen Medi-Kids, ey. Muah. Hohohohoho. Oh ja. Sechs von den Teilen. Das ist jetzt sicher. Hä? Die Musik ist so plötzlich vorbei. Einen Nagi-Knoten habe ich. So, so ein Nagi-Knoten habe ich. Mit Heuk nochmal in Tempo rein. Und dann ist auch bald mein Plasma-Cutter voll ausgerüstet und ultimativ. Oh, yes. So, dann wollen wir das Kapitel mal beenden. Kapitel 9 Tod bei Ankunft abgeschlossen. Kapitel 10 Das Ende aller Tage. Besatzungs-Deck. Oh ja. Darauf freue ich mich. Juhu. Gibt es bald ein Ende. Ach. Isaac, ich habe das Shuttle gefunden von dem Hermann Sprach. Scheiße. Nicht gut. Das Shuttle ist tot. Jemand hat die Navigationskarten entfernt. Gott weiß warum. Insgesamt sind es drei, die auf dem ganzen Deck verstreut sind. Ich lade ihre Positionen runter. Ich kann von hier aus nicht auf die Türen zugreifen. Du brauchst also einen Schlüssel der Crew. Wenn du alle Teile findest, können wir das Shuttle wieder flott machen und verschwinden. Das mache ich dann. Das war in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann.